Warum sind Sie ursprünglich nach Göttingen gekommen? Ich bin ursprünglich nach Göttingen gekommen, weil ich Basketball spielen wollte. Ich hatte nicht so eine gute, erfolgreiche Zeit damals in den letzten Jahren bei UCLA. Dann habe ich gedacht, Mensch, gehst du nach Deutschland, bleibst du ein Jahr, guckst du dann ein bisschen Europa an und zeig, dass du dann auch gut Basketball spielen kannst und dann gehst du zurück. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass es mir so gut gefällt. In so einer kleinen Stadt wie Göttingen dann zu leben, dass es sehr interessant war für meine persönliche Entwicklung. Damit habe ich nicht gerechnet und habe dann immer gesagt, von Jahr zu Jahr, okay, ich bleib noch ein Jahr, ich bleib noch ein Jahr, ich bleib noch ein Jahr und inzwischen sind es 41 Jahre. Und was hat Sie während Ihrer Studienzeit hier in Göttingen besonders geprägt oder besonders beeinflusst? Ja, wenn ich dann außerhalb des Studiums gucke, dann würde ich sagen, die Zeit mit anderen Leuten dann zu verbringen. Die Art, so in der Minze zu sein, in der Cafeteria zu sein oder abends auf dem Bier zusammen zu sein. Aber was das Studium angeht, war mir dann sehr wichtig zu lernen, auch für die Zukunft, auch für die Arbeit, dann in Gruppen dann zu arbeiten, zu merken, es geht nicht nur um mich, sondern es geht auch um anderen und wie wir dann einen Konsens erreichen. Und das war wichtig auch in Bezug auf meine spätere Arbeit. Und BWL hier in Göttingen zu studieren, war die richtige Entscheidung, weil? Ja, BWL zu studieren in Göttingen war die richtige Entscheidung, weil mit meiner VWL-Studie mit den USA und die Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, es hätte nicht gereicht, um erfolgreich zu sein in Deutschland. Das ist mir inzwischen dann klar geworden. Da musste ich dann Kurse neu belegen, die ich schon in den USA belegt habe. Aber letztendlich war es dann genau richtig, für die Terminologie dann zu lernen und dann auch auf eine andere Art und Weise zu lernen, zu studieren und Klausuren dann zu schreiben. Und was würden Sie heutigen Studenten raten, wie sollten die ihre Studienzeit verbringen? Genießen. Das ist das Entscheidende. Jeden Moment dann genießen, weil später wird das dann anders. Klar ist es auch wichtig, dann so gute Noten zu haben und dann auch einiges dann zu lernen. Aber ich finde, noch entscheidender ist, dass man das genießt.